Prinzessin Kate, süße Begegnung ukrainischen Kindern Prinzessin Kate, 40, hatte bei einem Termin in ihrer Heimat besonders herzerwarmende Momente mit ukrainischen Kindern und setzte ein modisches Statement der Solidarität. In ihrer Heimatstadt in Rieding hat Kate ein Gemeindezentrum für Ukrainerinnen und Ukrainer besucht. Für den Termin wählte sie ein dunkelblaues Midi-Gleit mit gelben Punkten, die Farben des aktuell vom Krieg beherrschten Landes. Bei ihrer Ankunft wurde sie mit einem traditionellen ukrainischen Brot und Salz begrüßt. Während des Besuchs nahm die Prinzessin an einem Kunstkurs für Kinder teil. Ein Mädchen durfte dabei auf ihren Schoß. Während der Kuschel-Einheit schenkte er die Fünfjährige ein selbst gemaltes Bild auf dem Stand, ich liebe dich, Kate. Kate traf auch Frauen aus der Ukraine und hörte sich ihre Geschichten an, berichtete Deli-Mehl. Eine Mutter berichtete ihr unter Tränen von der Flucht mit ihrem dreijährigen Sohn. Während ihr Mann an der Grenze weiterkämpfte. Prinzessin Kate versuchte zu trösten, es ist verständlich nach allem. Was sie erlebt haben, ich wünschte, wir könnten mehr tun. Anführungszeichen. Von den Freiwilligen des Zentrums ließ Kate sich außerdem erklären, wie sie ihre Arbeit in den letzten Monaten umgestellt haben. Um den Geflüchteten Familien zu helfen, sich in Großbritannien einzuleben. Um den Geflüchteten. Um den Geflüchteten.